Hallo, grüß Gott und willkommen liebe Freunde der ZDF-Serie die Bergretter und in diesem Falle auch willkommen die Freunde des Radlens. Ich hatte ja vor einiger Zeit angekündigt, dass ich eine Verlosungsaktion starten möchte mit zwei Freitickets zum Bergretter Fan-Tag 2023 und mit fünf CDs Ganymea von Markus Bitzer, Filmmusik, die hier aus Schladming kommt. Aber die Technik hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mein Internet war ausgefallen, ich hatte einige Zeit zu tun, bis das wieder so in die Gänge gekommen ist, dass man sagen kann, es funktioniert stabil. Und zusätzlich musste ich dann auch noch meine Hardware in Ordnung bringen. Die hat das nicht mehr mitgemacht, was ich so mit der Filmbearbeitung brauche. Also es hat jetzt einige Zeit gedauert, aber die Systeme laufen erst mal stabil. Im Anschluss, könnt ihr mal schauen, hatte ich so einen kurzen Trailer gemacht, so zweieinhalb, drei Minuten, zur Region Schladming-Dachstein und auch zu der ganzen Verlosung. Das schaut ihr euch mal an und im Anschluss erkläre ich euch dann, wie es hier mit der Verlosungsaktion weitergeht. Also die, die das wussten, dass die Verlosung sein sollte, ihr habt noch nichts verpasst. Hallo liebe Freunde der Bergretter-Serie, liebe Radl-Freunde und liebe E-Bike-Freunde. Ich stehe heute wieder an exponierter Stelle in Ramsauer vor dem Drehort der Bergretter, vor dem Büro der Bergretter. Weshalb bin ich heute hier? Das Tourismusbüro Dachstein-Schladming hat mir zwei Karten zur Verfügung gestellt für den Fentag 2023. Die kommen zur Verlosung und ich habe jetzt eben Markus Pitzer besucht. Das ist der junge Mann, der die Musik liefert für meine Filme, beziehungsweise dessen musikliche Nutze für die Filme. Der stellt zur Verfügung fünf Alben Ganimäa mit Musik hier aus der Region Schladming-Dachstein. Die Region Schladming-Dachstein ist ja sehr bekannt als Wintersport-Destination. Es gibt diverse Skigebiete hier in der Gegend, es wird Langlauf betrieben, es gibt Schneeschuhwandern. Alles diese Dinge sind hier sehr gut möglich. Aber ihr habt ja auch gesehen, auf meinen Videos, speziell in der Sommerzeit, ist die Gegend hier sehr interessant. Ich habe mit Leuten gesprochen, die schon 30 Jahre lang hierher fahren und sie kommen immer wieder, weil sie immer wieder was Neues entdecken. Immer wieder neue Highlights geschaffen werden auch. Und ich habe auch mit Menschen gesprochen, die hierher kommen, die sagen, sie sind zum ersten Mal da, aber sie kommen mit Sicherheit wieder. Also es lohnt sich im Sommer auf alle Fälle hierher zu kommen. In Ramsau findet ihr den Rittesberg. Dort gibt es Camping, dort gibt es einen kleinen Badesee, dort gibt es eine Sommerrodelbahn. Ihr könnt diverse Wanderungen machen, wie es ihr euch auch schon in den Filmen vorgestellt habt. Also es lohnt sich, wer sich erholen will, wer aktiv sein will, wer frische, gesunde Bergluft genießen möchte, dem kann ich nur ans Herz legen. Den kommt hier in die Region Schladming-Dachstein und ihr macht da nichts verkehrt. Auch für die Kinder immer sehr interessant. Ich habe zum Beispiel auf der Reiteralm entdeckt, so eine, möchte ich sagen, Fahrschule für Downhill-Fahrer. Das heißt, da werden die Jungs und Mädels, die das lernen wollen, werden mit so einem Laufband nach oben geschleppt, brauchen sich also nicht zu schinden und können dann ihre Technik verbessern zum Downhill-Fahren. So etwas habe ich bisher noch nie gesehen. Also man hat hier immer wieder neue Ideen. Ich sage euch, besucht die Region Schladming-Dachstein auch im Sommer und ihr werdet begeistert und überrascht sein. Ja, und weil ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen wollte, habe ich euch mit hinaufgenommen zum Spechtensee. Da liegt so 200, 300 Meter oberhalb von Bad Mitterndorf. Dort ist es mit dem Schnee noch nicht so ganz gut. Aber hier hat man schon ziemlich winterliche Bedingungen und man hat schon einen guten Eindruck, wie Winter aussehen könnte. Ja, zur Verlosung nochmal. Also zwei Tickets, Bergretter Fentag 2023, findet im Juni statt. Der Verkauf hat auch schon begonnen für die Tickets. Und ich bekomme vom Tourismusbüro Schladming-Dachstein zwei Tickets, die ich in die Verlosung einbringen kann. Und wie ich auch schon gesagt habe, fünf CDs von Markus Pitzer aus Schladming. Wie wird das Ganze ablaufen? Ich werde euch unten nochmal verlinken, die Teilnahmebedingungen, die ganz wichtig sind und auch Dinge, die den Datenschutz und so weiter betreffen. Ihr müsst eigentlich nichts weiter tun, wenn ihr teilnehmen wollt, wenn ihr das gelesen habt, als auf meinem Kanal Drahtesel und Meer, Drahtesel und Meer ist mein Kanal, einen Kommentar zu hinterlassen. Und zwar einen Kommentar mit dem Kennwort Hashtag Bergfenn23. Hashtag Bergfenn23. Wenn ihr diesen Kommentar hinterlasst, dann kommt ihr in den Topf, der für die Verlosung dann bereitsteht. Die Aktion der Verlosung wird beginnen am Montag, den 23.01.2023 und wird gehen bis Montag, den 6.02.2023. Alles das schreibe ich euch nochmal hier unten in die Teilnahmebedingungen und dann steht eigentlich der Verlosung nichts mehr im Wege. Ich denke, dass meine Sachen alle stabil funktionieren werden. Ich werde dann entsprechend eine Ziehung vornehmen. Das schreibe ich euch auch in die Bedingungen. Und nach der Ziehung, wenn die Gewinner feststehen, dann werden die von mir informiert. Und dann habe ich einen geeigneten Weg gefunden, wie wir Kontakt aufnehmen. Es wird also für die Verlosung unter Umständen recht vorteilhaft sein, wenn ihr meinen Kanal abonniert, Drahtesel und Meer. Das Abo ist ja kostenlos und auch jederzeit wieder kündbar. Also den Kanal am besten abonnieren, dann wisst ihr, wie das mit der Verlosung voranschreitet. Ich werde vielleicht noch den ein oder anderen Trailer machen im Verlauf der Verlosung, dass ich alle wieder aufmerksam mache. Bitte vergesst es nicht, wenn ihr gerne teilnehmen wollt, dass die Verlosung läuft. Also am besten, wie gesagt, Kanal abonnieren, dann könnt ihr nichts verpassen. Ja, ich freue mich, dass die Sache noch klappt. Wie gesagt, mit etwas Verzögerung, aber der Fan-Tag ist erst im Juni, wir haben also noch ein bisschen Zeit. An die Radler wende ich mich deshalb, weil viele ja meinen YouTube-Kanal auch schauen, übers Radfahren. Und ich hatte schon etliche Anfragen, auch über Facebook, wie das denn nun sei in der Region mit dem Radfahren und zum R7-Radweg und so weiter. Also ich weiß, dass da ein Interesse ist und vielleicht kann es einer damit verbinden, dass er so einen Fan-Tag mitmachen kann. Also so ein Ticket gewinnt, vielleicht sogar auch zwei, man weiß es gar nicht und kann dann seine Radtour entsprechend auch ein bisschen planen. Ja, also ich werde mich wieder auf den Weg machen, gebe euch noch ein paar winterliche Eindrücke hier vom Spechtensee und von seiner Umgebung und sage schon mal Tschüss, euer Peter. Ich werde mich wieder auf den Weg machen, aber ich werde mich wieder auf den Weg machen. Ich werde mich wieder auf den Weg machen, aber ich werde mich wieder auf den Weg machen. Ich werde mich wieder auf den Weg machen. Ich werde mich wieder auf den Weg machen, aber ich werde mich wieder auf den Weg machen. Ich werde mich wieder auf den Weg machen. Ich werde mich wieder auf den Weg machen.